Und am Wort ist Petra Bayer von der SPÖ. Und in dem Sinne ist auch diese Novelle sehr zu begrüßen. Danke sehr. Zum Wort ist niemand mehr gemeldet. Die Debatte ist damit geschlossen. Wünscht der Berichterstatter das Schlusswort? Das ist nicht der Fall. Dann gelangen wir zur Abstimmung über den Gesetzesentwurf samt Titel und Eingang in 185 der Beilagen. Ich ersuche die Damen und Herren, die für diesen Gesetzesentwurf sind, um ein Zeichen der Zustimmung. Das ist einstimmig. Wir kommen zugleich zur dritten Lesung. Ich darf auch die Damen und Herren in dritter Lesung ersuchen, um ein Zeichen der Zustimmung. Das ist ebenfalls einstimmig und somit in dritter Lesung angenommen. Wir gelangen nunmehr zur Abstimmung über den Entschließungsantrag der Abgeordneten Dr. Scherer, Kolleginnen und Kollegen, Schutz der Meinungs- und Pressefreiheit im Internet. Ich bitte die Damen und Herren, die für den Entschließungsantrag sind, um ein Zeichen der Zustimmung. Das ist die Minderheit. Der ist abgelehnt. Der ist also abgelehnt.